Ich arbeite in einem Lebensmittelladen, wo Alkohol verkauft wird. Ich habe sonst keine andere Möglichkeit, woanders zu arbeiten. Was soll ich machen? Sie dürfen kein Alkohol verkaufen. Wenn dort Alkohol verkauft wird, aber die meisten Dinge, die verkauft werden, halal sind und Sie gezwungen sind, da zu arbeiten und Sie keine andere Wahl haben, als wir dort zu arbeiten, können Sie unter der Voraussetzung, keinen Alkohol zu verkaufen, dort arbeiten, wo auch Alkohol verkauft wird. Wenn die gesamten Einnahmen nicht ausschließlich aus Alkohol besteht, wenn die größte Einnahmequelle aus Halal-Produkten besteht und wenn ein, zwei Produkte haram sind und er gezwungen ist, dort zu arbeiten, kann er dort arbeiten, weil die größere Einnahmequelle aus Halal-Produkten besteht. Aber er darf die Haram-Ware nicht verkaufen. Er muss sagen, dass er diese Haram-Sache nicht verkaufen darf und auch nicht in dieser Abteilung arbeiten darf. Er darf den Alkohol weder verkaufen noch tragen und auch nicht anbieten bzw. servieren. Also nicht nur das Trinken ist Haram, sondern das Tragen, das Servieren und das Verkaufen sind Haram. Man darf noch nicht einmal seine Trauben an eine Fabrik verkaufen, die Alkohol herstellt. Trauben oder ähnliche Dinge wie Gerste zum Beispiel. Wir denken nämlich immer, es wird nur aus Trauben hergestellt. Es wird noch aus vielen anderen Dingen hergestellt. Egal aus welchem Produkt es nun hergestellt wird, es ist Haram, seine Ware an Alkohol herstellende Fabriken zu verkaufen. Untertitelung Dich ist Haram. Vielen Dank.